Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. US-Fahrdienstleister Uber soll aggressiv in Europa lobbyiert haben. Zehntausende Dokumente des US-Unternehmens sind dem Guardian zugespielt worden. Demnach bestanden enge Kontakte zur europäischen Spitzenpolitik. Ein Datenleck entblößt einem Medienbericht zufolge die aggressive Lobby-Kampagne des US-Fahrdienstleisters Uber bei dessen Streben auf den europäischen Markt. Mehr als 124.000 interne Dokumente aus den Jahren 2013 bis 2017 zeigten, wie Uber versucht hat, Politiker, Beamte und Journalisten zu beeinflussen, berichteten NDA, WDR und Süddeutsche Zeitung am Sonntag. Enge Kontakte mit dem Unternehmen pflegten demnach etwa der heutige französische Präsident Emmanuel Macron, ein FDP-Abgeordneter und eine ehemalige EU-Kommissarin. Ein Austausch von SMS-Nachrichten legt dem Bericht zufolge nahe, dass sich Macron 2015 als damaliger Wirtschaftsminister auf Bitten des Unternehmens gegen eine uberkritische Verordnung eines französischen Polizeipräfekten einsetzte. Ich werde mir die Sache persönlich anschauen, schrieb Macron laut NDA, WDR und SZ, woraufhin die Verordnung noch am selben Abend entschärft wurde. Die französische Zeitung Le Monde berichtete unter Berufung auf zahlreiche Dokumente, Textnachrichten und Zeugen, es habe geheime Absprachen zwischen Uber und dem damaligen Wirtschaftsminister Macron gegeben. Demnach war sein Ministerium darum bemüht, dem Fahrdienstleister dabei zu helfen, seine Position in Frankreich zu festigen. Hey guys, this is Gangsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.